Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Daron. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und ich dachte mir, es ist an der Zeit, mal über die besten Aktien aus dem Jahr 2021 in meinem Depot zu sprechen. Ich mache das seit zwei Jahren, das heißt, ich habe das 2019 und 2020 auch schon gemacht und wenn ich mir da so meine Positionen angucke, dann waren das so von der, die größten Positionen waren damals ähnlich wie heute, das heißt, ich bin ein ganz klassischer Buy-and-Hold-Anleger, auch in Zeiten, wo unfassbar viel getradet wird. Bei mir ist es nach wie vor so. Ich glaube, 2019 war meine größte Position Microsoft, dann kam Unilever, dann Texas Instruments und dann Visa. 2020 war die größte Position Microsoft, dann Shell, dann Unilever, Texas Instruments und Visa. Das heißt, da hat sich nicht so doll viel verändert und jetzt in diesem Jahr größte Position Microsoft Shell, okay, es ist was Neues dazugekommen, Texas Instruments, Unilever, da hat sich nicht so viel getan, was die größten Positionen angeht. Ich habe, glaube ich, eine einzige Position in diesem Jahr verkauft, die habe ich komplett das Depot verlassen, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass ich den Unternehmen schon einige Jahre folge und an der Entwicklung partizipieren möchte, er so ein ganz klassischer Buy-and-Hold-Anleger bin. Und daher kann ich aus den Zahlen oder aus den Zahlen ja aus den besten Aktien schon immer ein kleines bisschen was mitnehmen. Und was sich dieses Jahr wieder realisieren durfte oder was gerade jetzt doch irgendwie fast ein bisschen extrem geworden ist, dazu kommen wir jetzt gleich, wenn wir uns die besten Werte angucken. Also springen wir hier mal fix rein. Letztes Jahr, ich habe es mal sortiert, war die Aktie mit der besten Performance Tanger Factory Outlet. Ich habe die jetzt mal aus dem Vergleich rausgenommen, einfach weil das quasi genau das Gegenteil von dem war, was ich klassisch mache, das war für mich absoluter Zock-Trade, wie auch immer man das nennen will. Die Aktie war für mich damals massivst unterbewertet und nur wenn die Welt untergegangen wäre, wäre die Aktie fair bewertet gewesen. Und das ist die Erde ja dann im Jahr 2020 zum Glück nicht. Und dadurch ist die Aktie natürlich entsprechend gestiegen. Und ich habe es hier nochmal mitgebracht. Das heißt, ich habe die Aktie gekauft hier irgendwie bei 4,88 Euro und habe sie bei 15 Euro verkauft. Das heißt, es sind 200% Rendite gewesen. War bombastisch, aber ich würde die jetzt einfach mal aus den Vergleichen rausnehmen. Ansonsten haben wir hier letztes Jahr eine der besten Werte oder die beste Position war dann hier bei mir im Depot, eine Striker mit 33%. Aber jetzt gucken wir uns die Zahlen mal ganz konkret an, weil ich finde, da kann man schon einiges mitnehmen. Und zwar 2019 hatten wir auf Platz 1 Apple, Microsoft, Nike, Procter & Gamble & BlackRock und 2020 Apple, Striker, Nike, BlackRock & Microsoft. Und ich glaube, die Jahre 2019 und 2020 hätten verschiedener nicht sein können. In tausend verschiedenen Kriterien und insbesondere natürlich auch wirtschaftlich hatten wir komplett anderes Umfeld. Und das sind auch Unternehmen, die zum größten Teil in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Aber die waren 2019 und 2020 jeweils unter den bestperformenden Aktien in meinem Depot. Und jetzt wird es spannend, wenn wir an das Jahr 2021 denken, weil dann fangen wir an mit Wells Fargo. Wells Fargo ist in diesem Jahr mit 83% die Position bei mir im Depot, die die beste Rendite hat. Und es ist spannend, wenn wir hier nochmal zurückspringen. Letztes Jahr in dem Depot die schlechteste Rendite von den Werten, die ich noch im Depot hatte. Boeing hatte ich abgestoßen. Wells Fargo hier mit minus 48% letztes Jahr. Und ist jetzt im Jahr drauf die Position mit der besten Rendite. Das heißt, hier ist es ganz klassisch passiert. Die sind letztes Jahr verprügelt worden bis zum geht nicht mehr. Und haben sich dieses Jahr einfach mehr oder weniger auf normalem Niveau erholt. Haben einmal 50% verloren und dann knapp 80% gewonnen. Und damit ist so fast wieder auf dem ursprünglichen Niveau angekommen. Platz Nummer 2 geht an Home Depot. Home Depot habe ich schon ewig im Depot, also ewig 2019 im Depot. Und hat auch hier, war glaube ich immer so auf Platz 7 oder auf Platz 8 oder sowas. Also hat eigentlich immer eine ganz ordentliche Performance. Und jetzt in diesem Jahr hat es quasi, keine Ahnung, 5, 6 Plätze gut gemacht. Und ist hier mit plus 71% auf dem dritten Platz. Das dritte Unternehmen ist ein alter Bekannter, welches wir aus den letzten beiden Jahren bereits kennen. Microsoft mit 66,87% irre. Einfach irre. Kann man nichts anderes zu sagen. Dann Broadcom, neues Unternehmen, habe ich noch nicht so lange im Depot. 55,77% und auf dem fünften Platz Factset ist auch schon etwas größere Position. Hat die letzten zwei Jahre so ein bisschen geschlummert und in diesem Jahr zweite Hälfte den Turbo gezündet. Plus 55%. Und jetzt ist hier die Sache, okay, die letzten Jahre, also 19 und 20, jeweils vier Werte waren die gleichen. Davon ist jetzt nur noch ein Wert da. Das muss ich so ein kleines bisschen einschränken, weil die Werte, die 2019 und 2020 so extrem gut performt haben, schauen wir mal nach. Wir haben auf dem ersten Platz Apple. Apple war eigentlich immer der, der die Aktie quasi gezogen hat. Und das hat natürlich hier die Performance in diesem Depot ordentlich gezogen. Einfach, weil in dem kleinen Depot von mir hier Apple die größte Position ist mit, das ist hier mein 25 Euro oder mein 27 Euro Sparplan-Depot. Ja, ich bespare Apple hier seit, keine Ahnung, dreieinhalb Jahren, vier Jahren, vier Jahre jetzt sind es jetzt schon, mit 25 beziehungsweise 27 Euro. Und das ist jetzt mit 4000 Euro die größte Position. Und im Jahr 2021 Apple Performance 45% in meinem Depot. Das heißt, Apple ist wieder eigentlich recht weit oben und in den letzten beiden Jahren würde Apple mit einer Performance von 45% jeweils hier auf dem zweiten Platz liegen. Und in diesem Jahr gibt es einfach ein paar Werte, die, so Wells Fargo, die dann quasi mal so wie aufgeholt haben. Und deswegen würde Apple hier halt nur irgendwie auf Platz 7 oder 8 liegen. Aber eigentlich, Apple, die letzten beiden Jahre enorm geniale Performance. Und auch in diesem Jahr wieder, das heißt, der Gewinner des letzten Jahres ist auch wieder extrem gut dabei. Microsoft hatten wir hier, was hatten wir noch? Nike. Gucken wir mal an, wie war die Entwicklung, müssen wir hier mal zum Jahr 2021 gehen. Nike, wo haben wir es? Hier, Rendite 30% in diesem Jahr. Das sehen wir hier, Nike, hier dahinter sieht ihr das absolute Performance im Jahr 2021. Ich hoffe, es ist groß genug. Das heißt, auch hier, Nike hat sogar eine bessere Performance als im letzten Jahr. Aber es gibt halt einfach ein paar Werte, die noch ein bisschen besser performt haben. Aber auch Nike, muss man eigentlich sagen, ist in diesem Jahr ein klassischer Gewinner in meinem Portfolio. Also ähnlich wie Apple, nur halt nicht ganz so gut wie die Jahre davor. Beziehungsweise gibt es einfach ein paar, die besser sind. Was hat man noch? Microsoft, Apple, Nike und BlackRock. Und BlackRock, diesem Jahr 43% Performance, mal wieder. 43% ist quasi mehr als in den letzten Jahren. Okay, und weil halt hier dieses Jahr ein paar Werte noch ein kleines bisschen besser performt haben, ist BlackRock nicht in den Top 5 vertreten. Aber in Summe ebenso wieder. Das heißt, diese vier Werte im Portfolio laufen bei mir einfach seit quasi in den letzten drei Jahren sind das auch die Werte, die maßgeblich zur Performance beitragen. Und das sind insbesondere diese beiden Werte, Apple und Microsoft. Apple in dem kleinen Depot, Microsoft in dem anderen Depot. Und ich habe mir, ich habe in diesem Jahr wieder in etwa die Rendite des MSCI World. Das große Depot ist, glaube ich, 2% oder 1% drunter. Und das andere ist, glaube ich, 5% drüber oder so. Also so Roundabout, MSCI World, beziehungsweise ein kleines bisschen besser, glaube ich, im Schnitt. Aber wie dem auch sei. Das kann sich sowieso, das Jahr ist noch nicht ganz rum. Bis dahin hat sich es noch fünfmal geändert. Also Roundabout passt es. Aber ich habe mir gedacht, okay, warte mal, irgendwie ist was falsch bei dir, wenn es eigentlich immer ein, zwei Werte sind, die dazu führen, dass du so eine ordentliche Rendite hast. Ich habe mir deswegen mal den Spaß gemacht und habe mal, Microsoft, muss ich dazu sagen, habe ich in diesem Jahr nicht gekauft in meinem großen Depot. Das heißt, Ende des letzten Jahres hatte Microsoft bei mir eine Größe von, wir gucken mal, Ende 2020 hatte Microsoft hier einen Marktwert von 16.000, ja. Und jetzt gehen wir 2021. Jetzt hat Microsoft eine Performance von 27.000. Das heißt, alles, was hier, dass Microsoft jetzt quasi 11.000 Euro mehr ist, liegt ausschließlich an Kursgewinnen. Das ist kein, kein Zukauf von mir gewesen. Und ich habe mal, spaßigsthalber, rausgerechnet, wenn ich Microsoft damals nicht, ich habe Microsoft, glaube ich, Ende 2016, 17 oder sowas, relativ viel immer gekauft, immer mal so zehn Aktien für, ich weiß gar nicht, für 600 Euro und sowas damals, habe ich Microsoft immer mal wieder gekauft. Und ich habe mal rausgerechnet, wenn ich Microsoft damals nicht gekauft hätte. Und kein Witz, meine Performance wäre hundsmiserabel. Richtig, richtig, richtig schlecht. Also deutlich unter der des S&P Verhandels auf jeden Fall, aber unter der des MSCI Awards. Das heißt, der Kauf von Microsoft ist das, was den Unterschied macht. Jetzt dachte ich mir, okay, Aaron, das ist ein schlechtes Zeichen. Vielleicht sollst du doch, also Stockpicking macht unfassbar viel Spaß, macht Freude, motiviert mich. Das ist eine tolle Sache, aber wenn du so eine, wenn ich jetzt eine krasse Underperformance eigentlich mit fast allen Werten habe, mit Ausnahme von Microsoft und Apple, da muss doch irgendwas falsch laufen. Und heute ist rausgekommen ein Artikel. Und zwar hier auf Seeking Alpha. Ich verlinke ihn dir unten drunter. Und zwar geht es um fünf Aktien, die für 33% der S&P 500 Rallye in diesem Jahr verantwortlich sind. Und zwar geht es um die Werte Microsoft, Alphabet, Apple, Nvidia und Tesla. Die sind für ein Drittel der gesamten Performance in diesem Jahr verantwortlich. Im Übrigen nicht nur um S&P Verhandeln, weil die Dinger sind auch riesig im MSCI World gewichtet. Da sind es, glaube ich, ich weiß gar nicht, nicht ein Drittel, sondern es sind halt nur 27% der gesamten Performance entfällt auf diese fünf Aktien. Und es wird sogar noch extremer, wenn man sich nur die letzten acht Monate anguckt. Dann ist es so, seit April sind 51% der Rendite des amerikanischen Aktienmarktes, geht auf diese fünf Werte zurück. Das heißt, wir haben eigentlich, also dieses Jahr ist natürlich bombastisch gelaufen, muss man sagen. Also wir reden ja was über 25, also wir reden hier, der S&P Verhandelt hat einen Return von 26%. Wir müssen aber sagen, dass wir, glaube ich, also ich berechne meine Werte in Euro oder die Angaben bei mir bei Portfolio Performance sind in Euro. Und ich glaube, das Euro-Dollar-Verhältnis ist in diesem Jahr quasi zugunsten. Der Europäer hat sich verschoben, der Euro wird schwächer und deswegen gab es noch, glaube ich, 8% oder sowas extra Rendite dieses Jahr, wenn man den S&P Verhandelt gehalten hätte. Das heißt, wir reden auf Euro-Basis, glaube ich, von 33, 34% oder sowas, was an Rendite bei rumgekommen ist und der MSCI World ein paar Prozent weniger. Aber die große Masse der Rendite in diesem Jahr, insbesondere ab April, entfällt auf diese Werte. Und es gibt dazu noch eine genauere Grafik. Und zwar, die habe ich bei Christian W. Röhl auf Instagram gesehen, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und zwar ist hier genau das gleiche, 35% der Jahresrendite. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das verteilt ist. Also was sehen wir hier? Das ist quasi der gesamte, jeder Punkt ist quasi ein Unternehmen aus dem S&P Verhandelt. Und wir sehen hier auf dieser Achse den Anteil der Rendite in diesem Jahr vom S&P Verhandelt. Und da sehen wir hier als Beispiel, Microsoft hat quasi die höchste, das ist hier bei 11%. Also Microsoft ist für 11% der Renditeprozentprozent des S&P Verhandelt verantwortlich. Und hier sehen wir die Größe, also die Gewichtung im S&P Verhandelt. Und da sehen wir, dass es sieben Unternehmen gibt, sieben, die hier einzeln sind. Das ist Apple, Microsoft, Google, Nvidia und Tesla. Und die haben eine Outperformance des S&P Verhandelt zur Folge gehabt. Und wir haben Facebook und Amazon, was hier unten gelistet ist. Und alle 493 weitere Unternehmen im S&P Verhandelt sind in diesem Knubbel vertreten. Die haben de facto keinen Einfluss, die sind irrelevant. Und jetzt gucken wir uns an, es sind für die, die die Performance nicht nach oben getrieben haben, sind de facto Apple, Microsoft und Google. Nvidia dann ja auch noch mit 6%, aber ansonsten sind es mehr oder weniger diese drei Unternehmen. Und ich habe quasi das Glück gehabt, dass ich zwei von drei von diesen Unternehmen im Depot habe. Ich habe nur, ich habe glaube ich 50, 53 Unternehmen oder sowas im Depot. Aber im gesamten S&P 500 sieht es de facto nicht anders aus als in meinem Portfolio. Das ist auch so, dass 7 von 500, oder eigentlich sind es ja die Facebook und Amazon, die kannst du ja weglassen, weil die haben eine andere Performance zur Folge gehabt. Also eigentlich hast du 1% der Werte, 5 von 500, die für 35% beziehungsweise in den letzten 8 Monaten für über 50% der gesamten Rendite verantwortlich sind. Das heißt, das ist nicht nur, das ist meine Schlussfolgerung, vielleicht liege ich jetzt auch falsch, korrigiert mich, aber die Schlussfolgerung ist, das ist nicht nur in meinem Depot so, das ist selbst in einem der marktbreitesten ETFs oder dem ETF schlechthin, dem S&P 500, genau der gleiche Spaß, dass es eine Handvoll Werte gibt und die sind dafür verantwortlich. Und verrückt ist ja, dass es diese Werte auch schon in den vergangenen Jahren waren, dass es da auch diese Werte, also insbesondere Microsoft und Apple, die beiden Unternehmen sind, die, die das zur Folge haben. Und das gibt sicherlich viele Gründe dafür, ich gebe da schöne Untersuchungen zu, aber es ist schon irre, oder? Also, dass diese 2, 3 Unternehmen für ein Drittel der Rendite verantwortlich sind, in den letzten 8 Monaten sogar für die Hälfte der gesamten Rendite und der S&P verantwortlich, die Unternehmen sind hoch im MSCI-Wertgewicht. Also man kann fast sagen, in diesem Jahr oder jetzt in den letzten 8 Monaten haben diese 5 Unternehmen die Weltrendite maßgeblich beeinflusst und sind der Grund, warum Aktionäre über den ganzen Globus verteilt in ihren MSCI-World-Depots eine ordentliche Rendite gemacht haben. Das liegt an diesen 5 Unternehmen und insbesondere an Google, Microsoft und Apple. Und ich habe halt das Glück, dass ich 2 davon im Depot habe und die auch noch relativ hoch gewichtet, wenn ich mir es hier angucke, mit Apple 19% und Microsoft 16% und hier immerhin auch Microsoft 12%. So, also, ich kann sehr dankbar sein, dass ich die Unternehmen im Depot habe. Ohne diese Unternehmen würde es in diesem Jahr echt mau bei mir aussehen, auch wenn es natürlich andere Unternehmen gibt, hier, die eine ordentliche Rendite gemacht haben, aber in Summe sind es eine Handvoll Unternehmen, die bei mir im Depot für die Rendite verantwortlich sind und das sind die mehr oder weniger fast die gleichen Unternehmen, wie die, die es auch im letzten Jahr waren. Es gibt ein paar Ausreißer in diesem Jahr nach oben, aber im Großen und Ganzen sind die Gewinner des letzten Jahres auch die Gewinner von diesem Jahr und irgendwie scheint es nicht nur in meinem Depot so zu sein, sondern es scheint auch irgendwie weltweit ein Trend zu sein. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, ob du die Werte im Depot hast und wenn ja, ob die auch bei dir quasi verantwortlich sind für deine Rendite im Jahr beziehungsweise auch, wenn du die nicht im Depot hast, ob du trotzdem die Marktrendite oder vielleicht sogar darüber hinaus oder du quasi nur minimale Abweichungen zur Marktrendite erzielt hast. Okay, so viel dazu, verrückte Welt. Die zwei Unternehmen, Apple, Microsoft oder 3 und Google, ja, irre, irre, soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.